Der Tod ist unter euch. Hi. Hey. Hey. Hi. Amateure am Werk. War das etwa alles? Stau mich nicht so an, wenn dir deine Augen lieb sind. Wo ist denn eure Festtagsstimmung geblieben? Beziehe eine neue Position. Hey. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Hi. Audi. Wie steht's denn? Hi. Bist du fertig? Das kann jedem mal passieren. Ich bin weder der Gute noch der Böse. Aber mit Sicherheit bin ich nicht der Hässliche. Suchst du Ärger? Da bist du bei mir Gold, richtig. Langsam, Hals-Sport. No! Wahrer Fortschritt ist nur durch Konflikte möglich. Hallo. Grüße. Fallobst. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Keine Chance. Man kann alles hacken und jeden das hast du doch nicht wirklich vorgehabt oder leg dich mit dem besten an und du stirbst wie alle dann na was geht Cheers, love! Die Kavalerie ist da! Yeah! Na, wie geht's? Hey, ja! Na, wie geht's? Oh, wie unheimlich! Wer hat Lust auf Feuerwerk? Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Sei nicht albern! Fehlstart! Ich beschütze die Unschuldigen! Heute sind wir alle Soldaten! Ich bin nicht dein Vater! Willst du dafür etwa einen Orden? Wo ich zuschlag, wächst kein Gras mehr! Klopf, klopf! Klopf, klopf! Hey! 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 Stop it, kill! Doppel, kill! Drei, kracht, kill! Ich habe dich im Visier! Hey! Ich spiele, um zu gewinnen! Ich spiele, um zu gewinnen! Versucht mitzuhalten! Ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst! Ich bin die Nummer 1! Hallo, alle! Hey! Wie geht's mit dir? Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden! Oh! Das glänzt ja fast zu schü- Ha! Ha! Heiligsblechle! Macht ihr denn auch alle artig?! Ist zu feige zum Kämpfen? Hallo! Ha! Hallo! Ah, ah! Das wache selbst! ist ohne form hallo welt wie enttäuschend der tod ist heute launisch unsere gedanken sind in harmonie friede sei mit euch du scheißt anständig zu sein ich bringe dich nicht gerne ich bin bereit was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen ich dreh voll auf vertrau mir es lohnt sich für unsere welt zu kämpfen ich wollte doch nur helfen ich bin eine ein mann apokalypse ich hab noch ein paar hühnchen zu rupfen ich hab leute schon für wenige umgelegt hörten niemals auf für eure überzeugungen zu kämpfen kinder benehmt euch das ist wesentlich besser als der ruhe ich wache über dich die rechnung kommt per post wie vom arzt verordnet ich nehme dich unter meine fittiche manch mal weiß ich nicht warum ich mir die ganze mühe mache hallo grüße ich muss dringend ins spital ich brauche ärztliche versorgung ich muss dringend ins spital ich brauche ärztliche versorgung ich muss dringend ins spital hallo 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 Aaaaaah!